So, äh, kurze Aufnahmeabbruch, tut's, äh, oh, tut es leid, so, jetzt kann ich auch wieder blinken, kannst du irgendwie kurz gerade, nachgekackert, ja, so, jetzt wird es auch wieder grün, so, fährt er im zweiten Gang an, ey, schlauer Typ, ey, die Mensch kann ich auch so denken, Alter, scheiße, man, das ist ja richtig schlecht, boah, wer ist das, ah, 5 muss ich, das ist ja immer richtig scheiße, das ist ja die scheiße, was ich gemacht, ey, du scheiße, man, nee, Okay, sonst meine ich nicht, und ich guck mal, wie schraubt dein Wagen, ja, 4%, 100% ist ja komplett geschritten, oder? Ja, richtig, so, das kenne ich schon, wenn ich, wenn ich, wenn ich, irgendwie, muss ich mal das irgendwie anders belegen, weil das ist ja richtig kacke, ich muss das hier irgendwie mit der linken Hand auch steuern können, weil das ist ja das größte kacke, das hier, ach, Tapp, ey, so Geschwindigkeitsbegrenzung ist 50, dann werden wir auch mal 50 fahren, Tappomat war B, B war Scheibenwurschein, ey, Hallo, kannst du auch mal, äh, Alles gut, ich bin gedacht, Jetzt hab ich so bei 90 fahren, so viel bis jetzt lang, Äh, kann einfach raus, also, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss eigentlich, ne, Ich muss nicht, Ich muss jetzt die Autobahn, Warte mal, ich muss das mal, ich mach das mal ganz kurz, weil das ist, Aber hast gemerkt, es hackt, es hackt, es hackt, es hackt, es hackt nicht mehr so neu, So, werden wir uns das mal, äh, Kamera-Steuerung, Ansicht drehen, rechte Maustaste, Das ist interessant, das lass ich einfach mal so, Kann ich jetzt nicht einfach nur so machen, Oh, Pro, Genau, guck mal, das ist doch viel besser, ne, Guck mal, Ich fang da mir gar nicht auf, Da hat er auch jetzt in meinem Gesicht einen Kopf hier unten liegen, Alter, guck, wie schnell wir hier fahren, wir fahren schon 85, Ich hab die Grafik natürlich jetzt auch nicht so hoch, Ja, Oh Mann, Oh Mann, Robin und du ein Akku, ey, das regt mich gerade richtig auf, Oh, er hat so ein Handy, das hält so, äh, fünf Tage lang, und dann, äh, jetzt seit fünf Stunden, Tadadadadad, Akku leer, Akku leer, lad mal auf, Dicker, Ja, Ey, guck mal, wie Profi ich schon fahren kann, kann das sein? Nimm mal raus, Scheiße, Ja, das stimmt auch wieder, aber ich bin noch nie wieder rausgefahren, Nääääääähäähäähääh, Oh Scheiße, Ich fang nur schon so an, Alter, guck, Alter, was ist das denn für eine Hupe, ey? Also du musst dir mal die Hupe anhören. Das ist so richtig... Ich seh das im Rückspiegel, Mann. Scheiße, ich... Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ich muss aber ganz kurz gucken, wie das mit dem Tempomat ist. Warum ich nicht die ganze Zeit auf diesem Scheiße-W-Tasten drücken muss hier. Also, Tempomat. C nicht, Pay. Scheiße, ich habe mal Pay. Ich habe keinen Timer eingestellt. Ich habe alle 4 Gigabyte gedingst und so. Oh. Äh, Robin, drück mal C, bitte. C? Ja, nee, einfach... Genau. Das ist der Pomat. Oh, Pay, das ist ja... Jetzt kann ich ja nicht mal einfach so fahren. Jetzt kann ich auch nicht so schnell fahren, weil hier 100 ist. Guck mal, wie miesig fahre ich. Ich fahre wirklich als Autobahn. Das macht voll Spaß. Scheiße, ich muss rechts, Pedis. Bremsen. Ruhig, Dicker. Ruhig. Ruhig. Brav. Ist doch egal, ist die eine Spur gibt's gar nicht. Oh, Tuffer, den... Nein. Oh! Nein! Kapuut! Oh! Guck mal, guck mal, rückspiegeln! Plant, man! Was hast du denn gemacht? Das ist ja auch nicht. Kein Aus, weiter, los! Vielleicht hat er dein Auto schon. Warte mal. Das kann ich ja ganz einfach mit F1 mal machen hier. Was sagt denn der Kalender? Nächste Pause in Auftragsvergütung. Ich hab grad Verhütung gelesen. Auftragsverhütung. 6 und 2%, also insgesamt 8%. Das ist doch ganz gut, ne? Ey, das ist ein Porsche Panamera, siehst du das? Geil. Benus. Jetzt rücken wir einfach mal F6. F6. Ach, 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 ach. Oh. Ich bin so scheiße. Ey, das ist ein BB5er. Scheiße, du darfst ja nicht vorbei. Abgeschüttelt hier. Guck mal, ich find das mit dem Navi... Oh man, jetzt seh ich wieder scheiß Navi nicht, ey. Ey, das ist echt... Naja, aber das ist echt cool, weil ich schaue, dass man mit der Maus und mit der Maus macht das für Spaß. Das ist echt grob, jetzt für mich. Aber ich kann natürlich auch jetzt mal die P1 mal richtig hochstellen. Juhu. Uah, guck mal, guck mal, wie gering ich die Maus bewege, Robin. Deswegen hab ich den Tiefen... Oh, nein! Scheiße! Mein Motor ist ausgegangen. Motor, Fehlfunktion. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich dieses Klob da auch so machen. Ja gut, jetzt mal DPI runterstellen, ja? Ah, nee. Rückwärts bitte? Motor, Fehlfunktion, das ist schon aufgehoben, ja? Ach du Scheiße. Ey, doch, der fährt ja vorbei, der... Dumme Typ, ey. Unfall verursacht, das wird jetzt auch Latte. So, DPI wieder runtergestellt. Ich fahre nie wieder. Ich fahre jetzt auf geringer DPI-Stufe. Ich glaube, 400 DPI mache ich gerade. Weil ich komm schon nicht klar. Und ich komm schon los, 1600 km. Nein, nein, das ist mein aktueller Konzestand. Eigentlich könnte ich auch cheaten, weil... Äh, das Spiel ist nicht schlau. Wenn German Trucks überlaufen, da gab es einfach eine Datei, wo stand Money. Und dann konntest du eigentlich 5 Millionen, und im Spiel waren es 5 Millionen, was ist ganz schön scheiße eigentlich. Dann konntest du ja alle Autos kaufen. Ja, finde ich eigentlich auch, finde ich auch nicht so cool. Ich glaube, Roman hört dich gar nicht, ich bin schon mal ein bisschen zu. Hallo? Guck mal, hier ist zum Beispiel eine Tankstelle, sieht auch ziemlich elektrisch aus, ne? Nein, ich muss gar nicht tanken, warte? Tank ist hier oben, ja. Tank ist hier oben da. So, sie? Ja. Das ist ja 87 km. Ja, ich hab so ein Mal angebaut. Wieso zeigte die denn den Konzestand an? Ja, ist halt... Ne? Schlimmerer Akku. Alter, dein Akku, ey. Was haben wir hier so? Oh! 23 Prozent. Ist nicht so viel. Naja. Na wie? Und so? Oh! Nein! So, kann das jetzt vor uns hier nicht? Guck mal, dann können wir hier... Wie kannst du hier, weißt du, wo du lang musst? Ist nicht so weit, ist ganz gut. Oh, ja. Wie viel Zeit hast du denn? Nee, das ist wohl nicht. Du fährst zu hoch. Ey, mach nicht. Was ist denn? Überholspur! Ich hab mich geil gemacht. Ja, das war cool, ne? Deswegen wollte ich das Spur auch im GDH. Ja. Ja.